Hallo zusammen, ich freue mich Sie begrüßen zu dürfen zum vierten Teil unseres Themas Vierquadrantenmodell für PLM. Wir widmen uns jetzt dem Fall CTO Plus. Nochmal kurz, was heißt CTO Plus? CTO Plus ist der Fall Configure to Order bei halbgeschlossener oder halboffener, das ist egal wie rum wir es sagen, Konfiguration. Was bedeutet das? Der Kunde kann aus gegebenen Optionen wählen, er kann aber noch ein bisschen Wünsch dir was machen, also Glöckchen und Schleifchen, könnte er sich auch noch dran stellen. Warum macht man das? Man könnte jetzt natürlich argumentieren, wir machen aber trotzdem Ingeniering to Order. Der Grund, die Konfiguration geschlossener zu machen, ist, dass wenn der Kunde wählen kann, er vielleicht viele, viele Optionen schon lange hat und man ihm natürlich, wenn er nur Optionen, die es schon gibt, wählt, dann können wir ihm eine relativ kurze Lieferzeit bieten und kann mal sagen, hey Kunde hör zu, du kriegst eine kurze Lieferzeit, wenn du Dinge wählst, die wir schon haben. Wenn du aber Dinge wählst, die du extra haben willst, machen wir die gern, Lieferzeit länger, Preis natürlich höher, aber ist kein Problem, machen wir dir. Das wäre also so ein bisschen die Vertriebsstrategie, die dahinter steckt. Wie sieht das Ganze im Vier-Quadranten-Modell aus? Wir hatten das Vier-Quadranten-Modell für CTO, ist auch hier ganz ähnlich. Wir haben wieder einen Variantenraum, aus dem der Kunde bestellt, aber der Kunde bestellt im Prinzip noch ein paar Extras, die wir hier irgendwie notieren, wie immer wir das machen, ist noch eine andere Geschichte, eigentlich im Rahmen einer kleinen Requirements-Specification. Auch hier haben wir den gleichen Ablauf, dass wir jetzt im Idealfall hier in die Logistik reingehen und im Prinzip unsere Stückliste generieren. Aber wir haben den Sonderfall, dass wir nochmal in die Technologie nach oben müssen. Warum? Der Kunde hat Sonderwünsche. Die Sonderwünsche müssen wir ihm entwickeln. Dazu müssen wir erstmal nochmal in die Technologie diejenigen Baugruppen anfassen, die sich verändern. Die werden hier entwickeln und die dann entsprechend zurückspielen. Dann haben wir erst an der Stelle die Stückliste fertig und können mit der Stückliste dann in die Produktion gehen. Achtung, das ist jetzt der einfache Fall, den wir bei CTO haben. Warum? Er setzt voraus, dass die Sonderwünsche, die der Kunde hat, nur an ganz wenigen Baugruppen wirklich wirken. Jetzt ist das Problem, dass ein Produkt hinsichtlich Varianz gutartigen oder bösartigen Krebs haben kann. Klingt drastisch, das heißt nicht, dass ein Produkt schlecht ist, wie bei Menschen, wenn ein Mensch gutartigen oder bösartigen Krebs hat, ist er trotzdem ein toller Mensch. Aber das ist halt in sich drin. Aber ich will mal erklären, was heißt das für das Produkt. Es kann sein, dass die Varianz, die wir im Produkt haben, stark strahlt auf andere Baugruppen, bösartiger Krebs oder gar nicht strahlt. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir einen Stuhl haben und nur den Bezug ändern, dann strahlt diese Varianz nicht. Da kann Leder sein oder sonst was. Von den Abmaßen ist alles gleich. Im Kern bleibt der Stuhl derselbe. Dann funktioniert das hier ganz gut. Es kann aber auch sein, dass wir eine Variante haben, dass der Stuhl vielleicht mehr Gewicht tragen muss. Plötzlich müssen wir quasi die ganze Konstruktion verändern. Damit verändern sich die Maße und alles verändert sich am Stuhl. Dann reicht dieses Vorgehen gegebenenfalls nicht mehr. Und dann müssen wir den Weg, ich sage immer lapidar, oben rum gehen statt unten rum. So, das will ich auch mal kurz aufzeichnen. Das ist dann noch mal ein bisschen komplizierter. Der Kunde bestellt also und macht natürlich oder definiert seine Sonderwünsche dazu. Jetzt wird die Technologie entwickelt. Der Teil, der geschlossen ist, wird hier direkt übernommen. Aber es wird ein Teil dazu entwickelt. Die Problematik ist, da die Varianz und die Sonderwünsche jetzt überall im Produkt hinstrahlen, können wir nicht einfach hier in die Materialwirtschaft gehen und sagen, ach, das und das und das kannst du schon mal kaufen. Sondern es muss jetzt alles qualifiziert werden von der Technologie. Und dann haben wir zum Schluss quasi eigentlich einen ETO-Prozess, der da abläuft. Natürlich diejenigen Baugruppen, die wir hier oben haben, die es schon gibt, die haben wir natürlich hier unten gespiegelt im ERP drin. Die können wir direkt übernehmen. Aber wir müssen natürlich hier entsprechend neue Artikel anlegen und können dann erst in die Produktion gehen. Wir sehen also, in dem Fall, dass das Produkt bösartigen Krebs hat, müssen wir oben rum gehen und im Prinzip hier die Entwicklung erst klassifizieren. So, wenn man das automatisieren will, dann brauche ich aber ganz andere Werkzeuge. Dann kann ich nicht mehr zum Beispiel den SAP-Konfigurator oder einen Takton und wie sie alle heißen nutzen, sondern dann brauche ich geometrische Konfiguration. Das heißt, ich muss in die Geometrie gehen und die Geometrie konfigurieren aufgrund von Regeln und dann einen Automatismus einbauen. Ich sage dazu gern, deswegen Design Automation ist dann relevant, weil wenn man dazu nämlich jetzt auch noch Konfiguration sagt, dann ist es Begriffswirrwarr viel, viel weiter. Da gibt es natürlich tolle Tools, die im Prinzip sowas können, aber viel wichtiger für ein Unternehmen ist folgendes. Wenn so ein Fall vorliegt und man den automatisieren will, dann braucht das Unternehmen allerhöchste Disziplin, um das umzusetzen. So, diese Disziplin ist extremst lohnend. Warum? Sie können zum Schluss einen solchen Prozess, der bisher ETO-artig ablief, so weit automatisieren, dass Sie auf Knopfdruck tatsächlich die komplette Veränderung des Produkts über die Design Automation herausbekommen haben. Ist eine ganz tolle Sache. Es gibt Werkzeuge dazu, das umzusetzen. Das ist aber methodisch extremst anspruchsvoll, aber nicht unlösbar. Kommt natürlich ein bisschen auf die Produkte an. Der Ablauf hier ist dann ganz ähnlich. Auch da habe ich mal ein paar Bilder. Der Kunde wählt Optionen und wählt eben Optionen, die so direkt nicht gehen. Auch hier wieder Regelwerk, Baubarkeitsprüfung mit dem Unterschied, dass ich dann eine Konfiguration habe, die eben nicht in Ordnung ist. Diese Konfiguration, die nicht in Ordnung ist, da muss ich jetzt erstmal in die Produktstruktur rein und Entwicklungsaufwand treiben, damit ich dieses nicht in Ordnung auflösen kann. Das ist der Weg quasi, den wir hatten, etwa untenrum oder obenrum. Aber ich muss auf jeden Fall über die Produktstruktur gehen. Und erst wenn ich das gemacht habe, kann ich einmal ein Angebot machen im Angebotsprozess und danach kann ich daraus eine Stückliste ableiten. Aber auch da muss ich erstmal vom PLM ins ERP gehen und daraus die Stückliste ableiten. Sie sehen, es ist kompliziertes Zeug und ich merke, dass Unternehmen hier unglaublich viel Beratung brauchen, um das methodisch auf die Reihe zu kriegen. Also es ist nicht so sehr ein technisches Problem der Systeme, sondern vielmehr ein Problem, wie kann ich es methodisch aufsetzen. Aber, und das ist das Wichtige dabei, dieses ganze Thema ist in der Industrie heute aktuell wichtig, weil wir sehr starke Entwicklung vom ETO zum CTO sehen. Denn CTO in den Griff zu kriegen, ermöglicht plötzlich Zugang zu ganz anderen Märkten. Viele unserer Hersteller, die Anlagenbau und ähnliches betreiben, sind eigentlich in einem hochpreisigen Segment Wünsch dir was unterwegs. Wenn die hier zum Beispiel in den chinesischen Markt gehen, dann müssen die natürlich plötzlich in eine Preiskategorie gehen, wo nicht mehr Wünsch dir was geht, sondern wo sie wirklich direkt Lösungen liefern müssen. Damit haben sie automatisch die Notwendigkeiten, ein CTO zu realisieren. Dazu ist auch der Knowledge Shortcut, dass man die Grundüberlegungen einfach schon mal hat. Den ganzen Rest muss man mal dann tiefer legen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank.